Hi, how are you? My name is Cathy and I am your teacher today. In diesem Video erkläre ich dir alles über das Verb SEIN. Auf Englisch TO BE. Erstmal zeige ich dir die ganzen einfachen Formen und dann werden wir auch über die Frageform und die negative Form reden. Ich zeige dir auch den Unterschied zwischen der Langform und Kurzform. Lass uns gleich anfangen. I am happy. Ich bin fröhlich. You are beautiful. Du bist wunderschön. She is rich. Sie ist reich. He is sad. Er ist traurig. It is delicious. Es ist sehr lecker. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com